Drei, vier, verschließe deine Tür. Ich beobachtete die klare Flüssigkeit in meinem Glas, wie sie vom Zittern meiner Hand leicht hin- und herschwappte. Das Martini-Glas hatte mir Ron erst ein paar Minuten zuvor in die Hand gedrückt, dennoch war es schon fast geleert. Ich war nicht sicher, ob mich der kühle Alkohol zittern ließ oder die eigenartige Stimmung, die plötzlich vorherrschte. Wir waren alle fertig mit dem Essen gewesen. Die Stimmung an dem großen hölzernen Tisch war ausgelassen und ein paar leere Weinflaschen standen bereits am Rand des Tisches. Das Telefon klingelte, das Festnetztelefon, denn Handyempfang hatte hier ja niemand. Roman stand auf, um sich in den Gang seitlich der Küche zu begeben, der sich als Ursprung des Klingelns herausstellte. Warum rufst du an? Roman dämpfte seine Stimme. Wir unterhielten uns weiter. Luis erzählte gerade eine Anekdote, in der eine betrunkene Tante die Hauptrolle spielte, als lautes Fluchen ihn unterbrach. Aus dem Gang flogen türkisgetönte Scherben über den Boden, begleitet von einem lauten Klirren, als das Glas auf dem Boden auftraf. Ich spürte, wie eine der Glasscherben über meinen Fuß glitt und war erleichtert, geschlossene Schuhe zu tragen. Alles war einen Moment lang still. Sag mal, bist du komplett verrückt geworden? Ron stand mit geballten Fäusten auf und stieg auf eine der am Boden liegenden Scherben. Roman trat aus dem Gang und deutete seinem Bruder an, mit nach nebenan zu kommen. Er wirkte aufgelöst, und Ron stopfte sauer hinter ihm her. Entschuldigt. Seine Lippen waren zusammengekniffen, bevor er den Raum verließ. Warum bist du überhaupt hergekommen? Rons Fauchen war das Letzte, was man hören konnte, ehe eine Tür, die geschlossen wurde, das Lauschen weiterer Gesprächsfetzen unmöglich machte. Ich betrachtete die vielen Scherben auf dem Boden und erkannte in den Einzelteilen eine wunderschöne Vase, die neben dem Telefon gestanden hatte. Vorhin noch hatte ich sie gesehen und dachte daran, dass sie mit Blumen noch schöner zur Geltung kommen würde. Als ich mir allerdings perlweiße Lilien zwischen den Scherben vorstellte, verwarf ich diesen Gedanken eilig. Ich fragte mich unweigerlich, was am anderen Ende des Telefonats gesagt worden war, das Roman so wütend machte. Ich sah zu Jenny auf. Ihr Blick war auf die zersplitterte, türkisfarbene Vase gerichtet. Jess stand auf und ging wortlos auf die Küchenzeile zu. Alle am Tisch folgten mit ihrem Blick ihren Schritten, die Bedacht darauf waren, nicht auf die Scherben zu treten. Jess fegte unbeeindruckt die Scherben auf einen Haufen, während wir alle nur regungslos da saßen und sie dabei beobachteten. Max stand auf, nahm alle Weinflaschen vom Tisch und balancierte diese zur Küche, als hätte er Angst, dass diese als nächstes fliegen könnten. Ähm. Jenny versuchte, die Stimmung zu lockern, wusste aber nicht, was sie sagen sollte. Wie uns allen fehlten auch ihr die Worte. Wir waren schließlich nur zu Gast. Max und Jess hatten das Desaster aufgeräumt. Zurück blieb ein großer, dunkelblauer Müllbeutel, der zugebunden am Rand der Küchenzeile angelehnt war. Ungeduldig wanderte Jennys Blick zur Tür, in der ihr Freund samt Verwandtschaft verschwunden war. Man konnte sehen, wie unangenehm ihr die Situation war. Am liebsten wollte ich sie drücken und ihr sagen, dass doch jeder ein schwarzes Schaf in der Familie hatte, jedoch wollte ich die Lage nicht noch eigenartiger machen, als sie bereits war. Unser Schäfchen, das keine weiße Wolle besaß, war mein Großcousin. Er hatte schon länger Probleme mit Dopingdrogen, um seine täglichen Arbeitsaufgaben bewältigen zu können. Er hatte sie anfangs zur Konzentration eingenommen und sie selbst als harmlos eingestuft, bis er irgendwann etwas immer Stärkeres brauchte und bei Kokain angelangt war. Ich hatte kaum etwas mit ihm zu tun, obwohl er nur vier Jahre älter war als ich. Wir redeten nicht einmal bei Familienfeiern viel, allerdings war ich auch nicht allzu traurig darüber. War es doch so, wie es war? Ohnehin hätten wir wohl nicht viele gemeinsame Gesprächsthemen gefunden. Doch nicht nur bei uns gab es ein schwarzes Schaf. Ich wusste, dass Jenny eine Tante mütterlicherseits hatte, die lange Zeit Alkoholikerin gewesen war und nicht selten mit Flaschen oder Gläsern um sich geworfen hatte, wenn sie im Rausch war. In ihrer offenen Art offenbarte Jenny solche intimen Familiengeheimnisse beiläufig. Man merkte ihr nie an, dass sie etwas traurig machte oder dass sie enttäuscht von jemandem war. Es fehlten ihr auch fast nie die Worte, wusste sie doch auf alles einen Spruch oder nur einen guten Themenwechsel. Was den ganzen Ausflug noch einen Tick eigenartiger gestaltete, war somit ihr jetziges Schweigen. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? tönte nun aus dem Lautsprecher, während wir alle vor dem Kamin Platz genommen hatten. Als die Brüder in den Raum zurückgekommen waren, entschuldigte Roman sich mehrfach und versicherte, dass es nicht mehr vorkommen würde, dass er wahllos Gegenstände durch die Gegend werfe. Er versuchte sich an einem Witz à la hoffentlich fliegt nicht als nächstes eine Flasche Jägermeister, wenn sie neben dem Red Bull steht. Aber keiner lachte wirklich, obwohl wir alle seine Andeutung auf den fliegenden Energy Drink aus der Werbung verstanden hatten. Die Stimmung war weiter angespannt. Jess war die einzige, die sichtlich entspannt wirkte. Wer weiß, vielleicht kannte sie Roman schon länger und war solcher Ausraster bereits gewöhnt? Ich starrte auf die perfekt gestapelten Holzspalten im Kamin und stellte mir vor, wie wunderschön der Winter hier sein musste. Das Holz war mit Sicherheit sogar aus dem eigenen Wald geholt worden. Das Flackern des Feuers und nur einige Meter weiter eine wundervolle Schneelandschaft, auf die die gläserne Terrassenwand den Blick freigaben. Die Drinks und die Musik halfen, die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Ron versuchte, einen Gute-Laune-Song nach dem anderen durch die Lautsprecher ertönen zu lassen, während Roman angestrengt lächelte. Sein Ausraster war ihm noch immer peinlich und fast tat er mir ein bisschen leid. Ich trank den letzten Schluck und hielt nun mein leeres Martini-Glas in den Händen. Jenny wandte sich gerade Ron zu, um zu fragen, was los gewesen war, ob etwas passiert sei. Ich war erleichtert, dass nicht nur ich so neugierig war. Sie flüsterte beinahe. Trotzdem hörte ich sie. Nein, nichts, erwiderte Ron, bemüht darum, das Thema abhacken zu können. Jenny öffnete erneut ihre Lippen, doch eine Männerstimme unterbrach das Gespräch, das sich heimlich mit angehört hatte. Max zeigte auf Louis noch volles Glas. Lasst uns ein Trinkspiel spielen. Es klang nicht nach einer Frage, vielmehr nach einem Beschluss, nach einer Aufforderung. Ich sah ein Glitzern in seinen Augen. Er sehnte sich ganz klar nach etwas Aufregendem, nach Spannung. Jenny sprang so schnell auf, dass Ron, der ja neben ihr saß, fast ein kleines bisschen zusammenzuckte. Rose, du brauchst ein neues Getränk. Ich übrigens auch. Das halbe Glas Wein, von dem sie bis gerade eben noch nur genippt hatte, wurde in einem Satz ausgetrunken. Ich konnte ein Kicher nicht unterdrücken. Oh, okay, Schatz. Ron lernte gerade eben scheinbar eine neue Seite von Jenny kennen und ich musste nochmal etwas schmunzeln. Louis schien es auch zu bemerken und kicherte ebenfalls. Sarah folgte meiner Kollegin Richtung Kühlschrank, um ihr mit den Getränken zu helfen. Und? Was spielen wir? fragte ich in die Runde. Mein letztes Trinkspiel war eine Weile her gewesen und ich erinnerte mich bei keinem vollständig an die Regeln. Ich war schon sehr lange nicht mehr auf einer Party gewesen, das letzte Mal in meiner Heimat. Seit ich hergezogen war, verschlugen wir, Jenny und ich, ab und zu auch mit Louis als Anhängsel, uns allerdings die Nächte öfter mal in Bars. Nur ohne Trinkspiele. Ron schlug Never have I ever vor und grinste. Was soll das denn sein? Max runzelte seine Stirn. Zu meiner Überraschung ergriff Louis das Wort. Du musst etwas sagen, das du selbst noch nie getan hast. Hat es ein anderer in der Gruppe bereits getan, muss er trinken. Ganz einfach. Sarah kam mit einem Tablett voller leerer Schottgläser und einer Schüssel mit Orangen zurück, gefolgt von Jenny. Diese hatte eine Flasche Tequila in der einen und einen Streuer mit Zimt in der anderen Hand. Wenn, dann schon richtig. Jenny grinste breit, während sie zwischen Ron und Roman Platz nahm. Habt ihr schon ein Spiel ausgesucht? Never have I ever. Roman erwiderte ihr Lächeln, woraufhin er sofort einen wütenden Blick von Ron erntete. Ich fragte mich, was das wohl sollte. Er war doch sein Bruder. Dann dachte ich allerdings nicht weiter darüber nach. Na, wer fängt an? richtete ich die Frage in die Gruppe, in der Hoffnung, dann nicht selbst beginnen zu müssen. Ich habe noch nie ein Nacktbild verschickt, lachte Max und schnappte sich sofort einen Schott. Louis pustete los. Ich glaube, du hast die Regel nicht verstanden. Du musst trinken, wenn du selbst etwas sagst, was du schon getan hast. Max zwinkerte. Vielleicht wollte ich einfach trinken. Alle lachten, noch mehr als auch Jess und Ron einen kurzen hinunterkippten. Da Max rechts von mir saß und angefangen hatte, war nun doch schon ich an der Reihe. Ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich den Weg nach Hause nicht mehr gefunden habe. Jenny und ich sahen uns verschwörerisch an. Seitdem wir befreundet waren, gingen wir meist gemeinsam aus und achteten natürlich immer aufeinander, brachten uns also auch gegenseitig nach Hause. Alle Männer unserer Gruppe, Louis, Max, Roman und Ron, mussten trinken. Roman warf einen herausfordernden Blick in Richtung seines Bruders. Ich hatte noch nie hier im Haus Sex. Jenny war durchaus bewusst, dass Ron mit Sicherheit auch mit anderen Frauen zuvor hierher gekommen war. Trotzdem war sie, in der rosaroten Liebeswolke, in der sie sich im Moment befand, nicht bereit, das auch noch zu hören. Roman prostete Ron zu, dessen Blick war allerdings auf Jenny gerichtet. Sie blickte betrübt auf den Boden, während Ron widerwillig das kleine Glas hinunterstürzte. Schließlich stießen Jess und Sarah mit Roman an. Ron legte seine Hand auf die von Jenny, die ihn bat, weiterzumachen, weil ihr nichts Gutes einfallen würde. Sie war sichtlich etwas von der Sache niedergeschlagen und zog unauffällig ihre Hand unter seiner zurück. Roman beobachtete die Szenerie und es war klar, dass es ihm nicht leid tat. Mir kam der Gedanke, dass Ron und Roman sich vorhin gestritten haben mussten, als sie den Raum verlassen hatten. Warum sonst würde sich Roman auf diese Art verhalten? Ich habe noch nie das Herz eines anderen gebrochen. Rons Gesichtsausdruck war ernst. Jetzt war es an Jenny zu schlucken. Sie war sichtlich peinlich berührt, wenn er nur wüsste, wie viele Herzen sie schon gebrochen hatte. Ihre Bedrücktheit von eben schluckte sie mit dem Tequila zusammen herunter. Ron gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Er erwartete wohl, dass sie sein Herz verschonen würde. Das würde sich wahrscheinlich erst noch zeigen. Und jetzt einmal alle. Max war die Stimmung deutlich zu nüchtern. So tranken wir alle einen Schott. Mit Orange und Zimt. Und nochmal einen. Ich spürte bereits, wie sich die Wärme des Alkohols in mir ausbreitete. Um nicht noch mehr in so kurzer Zeit trinken zu müssen, schlug ich vor, weiter zu spielen. Sarah und Jess flüsterten. Sarah biss sich auf die Lippe, als Jess verkündete. Ich war noch nie nackt, Baden. Die beiden sprangen auf. Jess schnappte sich die in der Mitte stehende Flasche und Sarah warf ihre Sandalen von den Füßen. Auch Jenny stand sofort auf und folgte den beiden auf die Terrasse. Sichtlich irritiert folgte auch ein Ron den drei Frauen, die nur noch in Unterwäsche vor dem großen Glasfenster standen und sich nun mit ihrer Kleidung in den Händen auf in Richtung See machten. Louis schmunzelte. Ähm, er wusste nicht, was er sagen sollte. Er, Max, Roman und ich saßen nun da, sahen uns an und mussten laut loslachen. Was war das denn? Roman lächelte. Ich hatte doch gar keine Gelegenheit zu trinken. Er deutete auf die Mitte, in der die Flasche Tequila gestanden hatte, bevor sie entführt worden war. Also warst du schon hier im See? Ich ertappte mich dabei, wie ich mir vorstellte, wie Roman regelmäßig wilde Partys hier schmiss und wohl nackt am See herumlief. Ich lief knallrot an, was natürlich auch den anderen nicht entging. Roman zwinkerte mir als Antwort nur zu. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen, mit dir ins Wasser zu gehen, wenn du denn gerne möchtest. Max hob seine Augenbrauen nach oben und betrachtete mich von oben nach unten. Ich fühlte, wie mein Gesicht einen noch dunkleren Rotton annahm. Louis rettete mich aus der Situation. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte langsam wieder Durst. Als er aufstand, reichte er mir seine Hand und zog mich nach oben. Ich merkte, wie mir ein kleines bisschen schummrig wurde. In der Küche bat ich Louis zuerst um ein Glas Wasser, das er mir innerhalb von Sekunden einschenkte. Er hatte bemerkt, dass ich bereits angetrunken war. Magst du einen Kaffee? Das ist eine richtig, richtig gute Idee. Nachdem Louis vier Schubladen geöffnet hatte, stieß er endlich auf die Tassen, von denen er zwei neben den Kaffee Vollautomaten für uns stellte. Die Tassen waren weiß mit farbigen Blütenverzierungen und erinnerten mich an das elegante Teservie meiner Großmutter. Weißt du eigentlich, was zwischen Roman und Ron abgeht? Nee, aber das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. sah mich Louis mit großen Augen an. Das war schon komisch vorhin. Mich würde ja interessieren, was das für ein Anruf war. Ich senkte meine Stimme, aus Angst, Roman könne unser Gespräch mit anhören. Ich nahm Milch aus dem Kühlschrank, der bis oben hin mit Lebensmitteln gefüllt war. Mir fiel auf, dass der Müllbeutel, der an der Theke gelehnt hatte, verschwunden war. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ihn jemand weggeräumt hatte. Vielleicht irgendetwas familiäres. Louis zuckte mit den Schultern. Einen Kaffee und zwei Gläser Wasser später ging es mir deutlich besser. Wir hatten uns auf den Esstisch gesetzt und lauschten nun seit über zwanzig Minuten Rons Playlist, weil keiner von uns in der Lage war, die Musikanlage umzustellen. Roman kam gerade die Treppe herunter. Er wollte seine Reisetasche noch ausräumen. Sag mal, was hört Ron denn für einen Mist? Max drückte weiter wahllos irgendwelche Tasten, in der Hoffnung, eine andere Musik zu erzeugen. Louis boxte Roman auf die Schulter. Du wohnst doch auch zeitweise hier. Warum kennst du dich eigentlich nicht mit dem Teil aus? Er zuckte nur mit den Schultern. So lange haben wir dieses Teil noch nicht. Ich grinste. Wir wunderten uns, wie lange es die anderen schon im kalten Wasser aushielten. Roman erklärte uns, dass der See nachts immer bitterkalt sei und es viel Überwindung und Alkohol brauchte, um dort schwimmen gehen zu können. Louis verdrehte die Augen, als Max den Einwand brachte, dass sie ja vielleicht gar nicht schwimmen gegangen, sondern mit etwas anderem beschäftigt waren. Erzähl mal, haben Ron und du sonst noch Geschwister? Ich hatte nach der Peinlichkeit mit Roman Angst, irgendwann einmal auf eine Schwester zu treffen, die ich am Ende noch fälschlicherweise für ein Hausmädchen einhalten würde. Nein, wir sind nur zu zweit, dafür aber einen Haufen an Cousins und Cousinen. Adoption war bei meiner Mutter und ihren Geschwistern wohl in Mode. Roman grinste. Bei uns ist keiner adoptiert, und trotzdem habe ich einen Haufen an … Louis wurde von einem lauten, spitzen Schrei unterbrochen. Er kam von draußen. Wir sahen einander an. Roman stand auf und öffnete eine Schublade aus einem hölzernen Schrank neben dem Tisch. Es ist bestimmt nichts. Die machen nur Spaß. Ich gehe nachsehen. Bleibt ihr ruhig hier. Mit einer Taschenlampe in der Hand ging er durch die offene Terrassentür. Roman hat mit Sicherheit recht. Einer von den anderen hat Jenny erschrocken und deswegen hat sie so gekreischt. Max sah uns an, als versuche er, sich selbst von dem Gesagten zu überzeugen. Er bemerkte, dass ich fröstelte. Soll ich die Terrassentür schließen? Ja, bitte. Ich sah nach draußen und wunderte mich über die fehlende Beleuchtung. Es war stockfinster vor dem Fenster, wie ein Nebel aus Dunkelheit, der alles an Licht, das vom Haus nach außen scheint, verschluckt. Die silberne Schale mit den Äpfeln, die zuvor im Sonnenlicht gefunkelt hatte, lag nun in einem düsteren Schatten. Max stand vor der Terrassentür, bevor er sie schnell zuzog und so die Dunkelheit nach draußen sperrte. Beunruhigt nahm ich eine Flasche Rotwein, die Roman zuvor neben dem hölzernen Tisch platziert hatte und schenkte mir ein halbes Glas ein. Die dunkelrote Flüssigkeit umgab ein leicht lila schimmernder Rand. Der Schrei hatte mich vollständig nüchtern werden lassen. Hatte Jenny wirklich nur geschrien, weil jemand sie aus Spaß erschrocken hatte? Warum waren sie noch immer am See? Ich blickte auf die Uhr, kurz nach halb elf. Nur leider hatte ich keinen Schimmer, wann sie gegangen waren und folglich auch nicht, wie lange sie nun schon weg waren. Kann ich etwas abhaben? Unterbrach Max meine Gedanken und hielt mir sein leeres Weinglas entgegen. Als ich die Flasche betrachtete, sah ich, wie meine Finger so fest darum geschlungen waren, dass die Knöchel weiß hervortraten. Als würde ich mich an ihr festhalten wollen. Ich nickte nur und füllte das Glas. Mach dir keine Sorgen. Die Atmosphäre hier ist schon irgendwie beängstigend, findest du nicht? Die alleine macht uns doch echt schon nervös. Aufmunternd lächelte er mir zu. Es ist bestimmt nichts weiter. Er legte seine Hand auf meine Schulter und seine positive Art beruhigte mich etwas. Mit seinem Lächeln konnte er wohl jede Frau verzaubern, dachte ich, als er mich mit seinen efeu grünen Augen aufbauend ansah. Trotz der beängstigenden Situation, in der ich mich befand, musste ich lächeln. Als wir von der Küche zurück in den Wohnbereich traten, war Louis verschwunden. Er war bestimmt nach oben gegangen. Das Klingeln, das uns schon beim Abendessen gestört hatte, ertönte wieder. Sollen wir rangehen? warte ich mich an Max. Er antwortete nicht, bewegte sich aber in die Richtung des schellenden Geräusches. Ich folgte ihm. Ich fragte mich, ob es wohl unhöflich war, als Gast ans Telefon zu gehen. Jenny jedoch pflegte das regelmäßig bei mir zu tun und bisher hatte sich noch nie jemand beschwert. Wenn ich bei jemandem anrufen würde, wäre es mir auch lieber, wenn jemand rangehen und eine Nachricht ausrichten würde, als gar nicht erst durchzukommen. Gehst du ran, oder soll ich? Max fasste bereits nach dem Hörer, aber ich war selbst zu neugierig und griff entschlossen zu. Ob der Anrufer wohl derselbe war, der bereits am Abend angerufen hatte? Oder vielleicht die Eltern von Ron und Roman? Oder gute Freunde, die Bescheid wussten, dass heute hier im Haus eine Party stieg? Hallo bei Ron und Roman? Mir fiel auf, dass ich keine Ahnung hatte, wie die beiden mit Nachnamen hießen. Max sah mich kichernd an und ich verdrehte die Augen, während ich ein Lachen unterdrückte. Das Lächeln auf meinen Lippen gefror allerdings, als ich die folgenden Worte am anderen Ende des Telefons vernahm. Lasst uns doch weiterspielen. Ich habe noch nie eine Türe offen gelassen, obwohl ich nicht wusste, wer da draußen ist. Auf der anderen Seite des Telefons war ein Piepsen zu hören. Er hatte aufgelegt. Was ist ein Geschenk berühmt.